Wie kannst auch du Verschwörungserzählungen von Fakten unterscheiden? Kann jeder erkennen, ob eine Verschwörung plausibel ist oder nicht? In diesem Video zeige ich dir, wie auch du Mythen von Fakten unterscheiden kannst. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video auf meinem Kanal. Heute möchte ich mit dir zusammen mit der Frage auf den Grund gehen, wie schwer es ist, Verschwörungserzählungen von echten Verschwörungen zu unterscheiden. Gerade heutzutage werden wir immer mehr mit Verschwörungserzählungen und Fake News konfrontiert. Egal, ob es sich dabei um Verschwörungen von Regierungen, Unternehmen oder religiösen Gruppierungen geht. Allein die Vielzeit auf Social Media und diversen Telegram-Foren ist überwältigend. Und auch ich habe ja schon darüber ein paar Mal berichtet. Wie kann man aber nun unterscheiden, ob eine Erzählung plausibel ist, also wahr sein könnte oder reine Fiktion? Geht das überhaupt? Gute Nachricht, ja, es ist möglich. Ich werde dir ein paar Methoden aufzeigen, anhand derer du zumindest erkennen kannst, ob eine Erzählung wahr sein könnte oder völliger Schwachsinn ist. Doch zuerst die Frage. Warum ist das überhaupt wichtig? Warum sollte ich wissen, ob eine Geschichte, die mir von irgendjemandem erzählt wird, wahr ist oder nicht? Der Grund ist relativ simpel. Weil es dich beeinflusst. Und das bei Fake News sehr häufig zum Negativen. Weil es dabei auch um deine Reputation, um dein Ansehen geht, wenn du dich an der Verbreitung von falschen Informationen beteiligst. Weil es dich an allem und jedem zweifeln lässt und damit deine Zufriedenheit und mentale Verfassung beeinträchtigt. Und vor allem, weil du ansonsten leicht in die Fänge von Gruppierungen begibst, die dich für ihre Zwecke einspannen wollen. Und natürlich, und davon gehe ich zumindest mal aus, weil du ein Freund der Wahrheit bist. Wenn du also daran interessiert bist, die Wahrheit von Fake zu unterscheiden, dann solltest du wissen, wie man den Unterschied erkennen kann. Vorab aber noch etwas. Die Methoden, die ich mit dir besprechen werde, sind sicherlich nicht vollständig. Sie sind nur ein Rüstzeug, um potenziell falsche Informationen auszufiltern. Und sie können dir nie zweifelsfrei aufzeigen, ob es sich nicht doch um Fake handelt, selbst wenn die Erzählung diesem Vorgehen zunächst standhält. Aber diese Methoden geben dir gute Hinweise, ob es sich lohnt, weiter zu diesem Thema zu recherchieren oder nicht. Sie geben dir eine Ahnung, ob die Erzählung wahr sein könnte, damit du dich dann weiter mit diesem Thema beschäftigen kannst oder es direkt als Fake entlarvst. Wenn dir also mal wieder jemand erzählen will, dass sich alle Wissenschaftler dieser Welt zusammengetan haben, um uns ein schlechtes Gewissen zu machen, dann kannst du danach erkennen, ob es sich dabei nur um populäres Geräte handelt, um Aufmerksamkeit zu erzeugen oder ob da etwas dran sein könnte. Doch genug der Vorrede, kommen wir nun zum praktischen Teil. Wie gehst du am besten mit einer Erzählung um? Nun, zunächst solltest du abwarten, bevor du diese Informationen teilst. Umso mehr, wenn es sich dabei um Anschuldigungen gegen andere handelt und sich besonders schwerwiegend anhören. Als nächstes, und das ist die erste wirkliche Methode, stelle dir eine simple Frage. Wenn diese Information wahr ist, wie viele Personen müssen an dieser Verschwörung beteiligt sein? Diese Frage ist besonders wichtig. Warum? Weil es extrem schwer ist, Menschen vom Reden abzuhalten. Je mehr Menschen in eine Verschwörung involviert sind, desto schwerer ist es, sie geheim zu halten. Und das ist ja wohl das beinahe echten Verschwörung des A und O. Ein populäres Beispiel, hierfür möchte ich dir damit auf den Weg geben. Als die USA die erste Mondlandung geschafft hatten, kamen relativ bald Erzählungen darüber auf, dass dies gar nicht stimmen konnte. Die USA hätten nie den Mond betreten. Sicher kennst du diese Geschichte. Falls nicht, du findest auf YouTube und anderen Medien unzählige Berichte und Videos zu diesem Mythos. Doch allein diese erste Frage kann dir ganz schnell einen Hinweis darauf geben, ob dieser Mythos fake ist oder nicht. Wie viele Menschen hätten bei einem solchen Betrug involviert gewesen sein müssen? Da wären zunächst die Astronauten. Das waren nicht besonders viele Menschen. Aber es hätten auch alle Personen in der Flugcontroll, der sogenannten Flight Control, darüber Bescheid wissen müssen. Und nicht nur das. Um diesen Betrug vollständig zu machen, hätte man viele Spezialisten, Requisiteure, Kulissenbauer, Mitarbeiter von Filmstudios und so weiter benötigt. Nicht zu vergessen all die Ingenieure, die an der Entwicklung der Rakete, der Raumkapsel, dem Mondrover und viele mehr beteiligt gewesen waren. All diese Menschen hätten eingeweiht gewesen sein müssen. Oder sie hätten zumindest den Wahrheitsgehalt stichhaltig untergraben können, wenn man sie danach gefragt hätte. Wie wahrscheinlich wäre es, dass niemand, also wirklich niemand den Mund aufgemacht hätte, dass niemand jemals darüber gesprochen hätte. Man darf hierbei nicht vergessen, dass es sich nicht um ausgebildete Geheimdienstleute gehandelt hat, sondern um weitestgehend normale Menschen. Also gibt uns allein diese erste Frage einen guten Einblick darin, ob eine Erzählung wahr sein könnte oder nicht. Eine weitere wichtige Frage lautet, hätte sich diese Verschwörung gelohnt? Eine Verschwörung hat immer einen Sinn und einen Zweck. Die Frage zielt also darauf ab, ob die Verschwörung einen solchen Nutzen gehabt hätte, dass sie das Risiko, erwischt zu werden, wettgemacht hätte. Hier geht es nicht immer nur ums Geld, aber oft. Den Weg des Geldes zu verfolgen ist eine wichtige Information, ob es sich um eine reale Verschwörung handelt oder nicht. Zwei Beispiele dafür. Zum einen zu meinem Mythos, ob der Untergang der Titanic ein riesiger Versicherungsbetrug war oder nicht. Hierzu kannst du dir gerne auch noch mein Video dazu anschauen, welches dir in der Beschreibung und am Ende dieses Videos verlinkt habe. Kurz gesagt, der Mythos besagte, dass die Olympik untergegangen sei und nicht die Titanic, nämlich um die Versicherungssumme zu kassieren. Die Frage nach dem, hätte sich diese Verschwörung gelohnt, ließe sich sehr schnell beantworten. Die Baukosten der Titanic beliefen sich auf 7,5 Millionen US-Dollar, die Versicherungssumme aber nur auf 5 Millionen US-Dollar. Hätte sich der Betrug gelohnt? Sicher nicht. Sonst hätte man die Versicherungssumme deutlich höher ausfallen lassen. Ein zweites Beispiel betrifft den Mythos, dass die Titanic untergehen sollte, um die Kritiker an der Federal Reserve Bank zu beseitigen. Hätte sich hier diese Verschwörung gelohnt? Wenn man betrachtet, welche Chancen und Einflüsse sich für die Unternehmen und Banken hierbei boten, dann ganz sicher, das wäre das Risiko definitiv wert gewesen. Und auch hierzu habe ich bereits ein Video gemacht und auch das habe ich natürlich wieder verlinkt. Die dritte Methode ist, prüfe, ob Informationen aus dem Zusammenhang gerissen wurden. Bei Verschwörungserzählungen werden oft wahre Informationen von angeblich Beteiligten und auch oft Bekannten Persönlichkeiten eingebaut. Das macht das Ganze natürlich viel attraktiver und auch glaubwürdiger. Aber diese wahren Informationen sind dabei oft aus dem Zusammenhang gerissen. Auch hier ein Beispiel. Ein ehemaliger Berater des ehemaligen französischen Präsidenten Mitterrand wird zitiert, dass er für Euthanasie von Alten sei, da diese nicht mehr produktiv sei. Tatsächlich hatte dieser Berater in einem Interview mit einem Reporter mal über Zukunftsvisionen der Gesellschaft im Allgemeinen gesprochen. Und tatsächlich kamen solche Aussagen darin vor. Doch der Berater hat nie eine solche Euthanasie von Alten darin gefordert oder unterstützt. Er hat diese lediglich als eine mögliche Zukunft unserer Gesellschaft in Betracht gezogen. Also eine düstere Vision der menschlichen Gesellschaft. Den Faktencheck hierzu verlinke ich euch auch noch einmal in der Videobeschreibung. Wenn du also recherchierst, ob eine Aussage eines bekannten Politikers, Beraters, Wissenschaftler oder ähnlichen prominenten Personen der Wahrheit entspricht, wirst du schnell herausfinden, ob diese Aussage wirklich so getätigt wurde oder ob etwas ganz anderes damit gemeint war. Das wäre das gleiche, wenn dir ein Koch sagt, ich mag keine Kartoffeln in einer Kohlsuppe. Und du verbreitest dann unter ein Video von ihm, in dem er ein Rezept für Bratkartoffeln macht, die Information, aber er hat gesagt, dass er keine Kartoffeln mag. Das ist nur ein harmloses Beispiel, verdeutlicht aber, wie der Sinn einer Aussage stark verändert werden kann, wenn sie aus dem Zusammenhang gerissen werden. Als letztes möchte ich noch eine vierte Methode anbringen, mit der man relativ einfach Fake News oder Verschwörungen von der Wahrheit unterscheiden kann. Hier geht es um die Frage, nützt die Verschwörungserzählung dem Urheber, also der Urheber dieser Verschwörungserzählung, oder der Allgemeinheit? Auch das Verbreiten von Informationen nützt immer einem Zweck. Mit dieser Frage möchte ich die Motivation der Verbreitung auf den Grund gehen. Warum hat jemand diese Information in Umlauf gebracht? Hier geht es darum zu hinterfragen, ob es sich um eigennütziges Interesse oder um Aufklärung der Wahrheit handelt. Das ist sicherlich eine der schwersten Aufgaben. Wie soll man schon wissen, ob es darum geht, sich selbst oder der Allgemeinheit etwas Gutes zu tun? Schließlich geht es bei ja fast allen Informationen darum, dass diese auch gelesen bzw. aufgenommen werden. Sei es von den Medien, die damit mehr Aufrufe, Verkäufe von Zeitungen oder Einschaltquoten erzielen wollen, oder auch von Creator und Influencer, die mehr Klicks auf ihren Videos wollen. Nun, das stimmt. Und bei reißerischen Überschriften in Zeitungen und Videos ist das vermutlich auch nicht so problematisch. Möglicherweise haben wir dann ein Video geschaut oder eine Zeitschrift gekauft, die nicht den Erwartungen der Überschrift entsprochen haben. Aber darum geht es nicht. Bei großen Verschwörungen kann man das viel einfacher erkennen. Oder die Motivation hinterfragen. Hierbei ist es oft so, dass die Urheber Menschen für ihre Weltanschauung und Überzeugung gewinnen wollen. Wenn es also schon Hinweise bei den ersten drei Methoden für irreführende Informationen gab, dann sollte man bei diesem vierten Teil ganz genau hinschauen. Auch hier wieder ein Beispiel. Eine Verschwörungserzählung berichtet davon, dass sich die Regierung etwas nur ausgedacht hat. Dass das nicht der Wahrheit entspricht. Und dann sagen die Urheber, wir kämpfen gemeinsam gegen diese Ungerechtigkeit. Komm her zu uns, schließ dich uns an. Was sagt das wohl über den Wahrheitsgehalt dieser Aussage aus? Was ist die Motivation für diese Erzählung? Genau, unwissende Menschen in ihre Reihen zu ziehen. Menschen, die sich nicht genügend informieren können oder wollen und leicht zu beeinflussen sind. Oder ein anderes Beispiel. Alle Medien sind gleichgeschaltet. Sie werden von den Regierungen beeinflusst und dürfen euch nicht die Wahrheit sagen. Aber wir stemmen uns dagegen. Wir sind nicht Teil davon und sagen euch die unzensierte Wahrheit. Ist diese Aussage glaubhaft? Einzelne Teile sicherlich und auch für einige Länder bestimmt. Aber in den Medien werden sehr viele Nachrichten ähnlich dargestellt. Heißt das nun aber, dass alle Medien von irgendwem gesteuert werden? Nun, zumindest sicher nicht unbedingt in unserem Land. Besonders dann nicht, wenn sich weitere Recherchen mit den Aussagen dieser Medien decken. Warum aber so etwas erzählen? Damit man für seine eigene Publikation mehr Aufmerksamkeit erzielt. Und damit mehr Gewinn. Das Hinterfragen der Motivation für die Verbreitung einer Erzählung ist damit ein weiterer wichtiger Schritt, um zu erkennen, ob eine Verschwörungserzählung Fakt oder Blödsinn sein kann. Ich hoffe, dass ich dir mit diesem Video die Wichtigkeit dieses Themas näher bringen konnte und es dir hilft, zukünftige Erzählungen von Fake News zu unterscheiden. Und ich habe noch eine praktische Aufgabe für dich. Überprüfe doch einmal anhand dieser Methoden, die ich dir gezeigt habe, ob mein letztes Titanic-Video, warum die Titanic untergehen musste, in diesem Zusammenhang eher Fakt oder eher Fiktion ist. Schreib mir deine Einschätzung dazu einfach in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, zu welchem Ergebnis du kommst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch bitte ein Like und ein kostenloses Abo da. Aktiviere auch die Glocke, damit du keines meiner weiteren Videos mehr verpasst. Bis zum nächsten Video wünsche ich dir eine gute Zeit. Bleib gesund und neugierig. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.